Lounge-Control. Er ist doch ganz gut geworden. Lounge-Control. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kamp-Linkfort. Wir haben heute bei uns Sommerfest und es sieht ziemlich cool aus und voll aus. Viele Leute sind da, viele Lambo-Fahrer, viele Ferrari-Fahrer, auch in 30N, ganz viele. Vielleicht kannst du Sascha hier ein bisschen dagegen laufen und aufnehmen, wäre echt cool. Ich höre mir auf jeden Fall jetzt ein Eis. Eigentlich habe ich Bock auf Poppisch Spezial mit Zwiebeln, aber ich glaube, das kommt nicht gut an. Habt ihr schon gesehen, wie die Eis machen? Mein Lieber. Ich nehme das. Nimmst du das? Eingefroren. Das schmeckt aber nicht, ich gebe dir was besseres. Was hättest du gerne? Irgendwas. Wie? Irgendwas gibt es nicht? Das musst du schon sagen. Irgendwas ist geil. Ich esse alles. Also alles was da ist. Magst du? Ja. Was Schönes? Magst du Schokolade? Also ich mag alles was da drauf ist. Brownie und Bärmix? Zum Beispiel. Mach mal. Boah. Ein paar Wespen. Ein paar Wespen. Aber nur ein paar. Das ist besser. Welche Soße magst du, Andreas? Welche Soße? Schoko, Erdbeer, Heilschokolade? Chatziki. Chatziki? Knoblauch? So. Von mir für Andreas. Oh, wie süß! So. Guck mal, jetzt musst du aufnehmen. Also vom Geschmack ja? Ja. Ob ich darf nein? So sieht's aus. Ich kenne Kinder überraschend. Lass uns schmecken, mein Freund. Guten Appetit. Das schmeckt aber gut. Halt mal dagegen, bitte, von der anderen Seite. Nein, das nimmst du viel. Das ist echt gut. Etwas anders als Nice. Aber sehr fruflich. Schwalbe. Schwalbe. Ist auch in meinem Sohn. Hast du irgendwelche Teile, wo man dran darf? Im Prinzip hier haben wir die ersten Teile. Das ist quasi die Unterform. Also wir fräsen erst mal in Aluminium. Das passiert so. Wir fräsen in Aluminium. Danach wird das gebaut. Das ist die Mutterform. Der Prototyp. Das ist normalerweise das Regal. Aber wenn irgendwann die Form, die wir hier ausproduzieren, die Endprodukte kaputt ist, dann werden wir immer neue abziehen. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir wieder neue Scannen, neue Fräsen und so weiter. Deswegen die Mutterform nimmst du nie als Produktionsform. Kann man die mal hochnehmen? Wie schwer die ist? Was machst du? Und? Nichts geschätzt? Da kannst du auch 400 fahren. Das ist wirklich geil. Neh mich grad so mit. Kann man nix selber. Ist das schon irgendwelche Preisvorstellungen? Pi wohl Daumen? Ja. So ein Spoiler liegt ungefähr bei 600 Euro komplett. Heute war ein sehr, sehr, sehr schöner Tag. Da waren echt viele Leute da. Hat mich super gefreut. Vielen Dank nochmal an alle, die uns besucht haben heute. Und es waren echt coole Autos. Sehr coole Autos. Aber der hat mir angetan. Ja. So. Ich schieb mir so eine Pommes speziell noch rein. Aus Holland. Und ja. Das essen wir jetzt. Jetzt kann ich Zwiebel essen. Ist kein Problem. Und ein Bierchen trinken nach Pascha. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Tag. Tschüss. Far. Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020